Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute ab 14 Uhr Fischverkauf. Schau uns mal die schönen Saiblinge an, die es hier gibt. Wir sind wieder unterwegs für Sie in der Gemeinde Wörzsee. Und wir waren auf dem Skulpturenweg und haben Kunst bewundert, waren natürlich zwecks Italienfeeling bei Janis Il Chiosco. Peter hat uns das Segeln erklärt und Niki das Imkern. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind, immer montags bis freitags. Oder Sie fahren einfach selber mal raus nach Steinebach und suchen hier den Peter auf. Der sitzt hier am Ort und kaufen einen leckeren Fisch.